Ich möchte Sie herzlich zum Kundeninnovationstag nach Hamburg einladen. Was hat das mit diesen Innovationstagen eigentlich auf sich? Ja, also die Kundeninnovationstagen sind ein ganz wichtiges Tool für uns, um in Kontakt und in Dialog mit unseren Kunden zu treten. Und diesen Dialog wollen wir fortführen, um schlussendlich unsere Branchenlösungen weiterzuentwickeln. Die Cosm legt viel Wert auf die Meinung ihrer Kunden. Und das hört man als Kunde gern, dass unsere täglichen Probleme auch ins Produkt reinfließen. Umso mehr kommen wir zum Standard, wenn unsere Probleme in die Programmierer reinkommen. Das Wichtigste ist, glaube ich, den Kunden mitzunehmen bei den Kundenentwicklungen. Und wir haben Beispiele, wo wir tatsächlich Entwicklungen, die bei Egeplast entstanden sind, auch direkt in der Entwicklung umgesetzt worden sind, zwischen Auftrags- und Prozessfertigung. Das macht Spaß, das zu begleiten und auch weiterzuentwickeln gemeinsam mit Cosmo. Also ich erwarte mir einen guten Austausch mit auch anderen Partnern, mit anderen Firmen, um dann eben auch zu sehen, wie DINAVision einsetzen und wie wir da auch dann auch aus deren Perspektive etwas lernen können, um uns dann auch weiterzuentwickeln. Was mir besonders gefallen hat, dass es in einer vergleichsweise lockeren Atmosphäre abgelaufen ist, aber trotzdem sehr professionell, hoher, informativer Charakter. Nachher die Resonanz war auch, dass alle den Eindruck hatten, dass man von den anderen lernen konnte. Und ich glaube, da sind auch ein paar Kontakte entstanden, die wahrscheinlich über diesen Tag hinaus jetzt noch weiter Fortbestand haben werden. und ich glaube, da sind auch ein paar Kontakte,